Hallo und herzlich willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Ja, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ich habe zwischenzeitlich ein Update machen müssen bei Steam. Ja, und wie ihr schon hört, wir haben plötzlich Ton. Leider immer noch keinen deutschen Ton. Ich habe nochmal nachgeschaut, ob es jetzt eine Möglichkeit gibt, das umzustellen. Gibt es leider immer noch nicht, was ich sehr, sehr schade und auch irgendwie, ja, sorry, aber sehr erbärmlich finde. Ja, wir müssen erstmal rausgehen, sonst kann man mich gar nicht mehr verstehen. Was ich, sorry, wenn ich das so sagen muss, sehr schade und auch sehr erbärmlich irgendwo finde, weil deutsche Synchronisation ist eigentlich Pflicht bei solchen Kultspielen. Aber, ja, wir müssen jetzt so erstmal weitermachen. Ich bin schon froh, dass es überhaupt eine Synchronisation gibt. Was haben wir denn hier? Wobei ich dazu sagen muss, er hat eine unheimlich schlecht gemachte Stimme. Die Schlösserinnen besuchen. Hi there, Newcomer. Hi. Was haben wir denn hier? Elegantes Buch? At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Schlüssel? Vielleicht hat die ja einen Schlüssel. Ah, Cliffa verschlachtete Kisten. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. Okay. What's this key? That's for a lockable quiver. Crickle. Are these for customers? Not technically, but please, help yourself. That charming old guy who mans the lookout keeps bringing them for the parrot. Thanks. I'll just take a few. Oh, ich nehm nun pack, no. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Okay. Ah, coole Maschine. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. Ja, da könnte sie vielleicht recht haben. Is that from a famous locksmith band or something? My mother's band? The Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. Natürlich. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes they did, yes it was, and they really, really wanted me to follow in the family business. Äh, können Sie wirklich Schlüssel für Dinge herstellen? Das kommt mir wie ein Zaubertrick vor. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. Hmm, okay. Das heißt, ich brauche irgendwas, um es sichtbar zu machen, tatsächlich. Es scheint falsch zu sein, dass man einen Schlüssel nur anhand der Seriennummer erstellen kann. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Sind Schlösser nicht viel weniger sicher, wenn man nur eine Nummer braucht, um einen neuen Schlüssel zu bekommen? Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. Was passiert, wenn man seinen Schlüssel und die Seriennummer gleichzeitig verliert? What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are, you don't need a new key. Was hindert mich daran, die Seriennummer auf dem Schloss eines anderen zu lesen und einen Schlüssel anfertigen zu lassen? Well, what's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Ah, da kommen wir der Sache schon näher. Kann ich mir ihr Werkzeug zum Auslesen eine Seriennummer von Schlössern ausleihen? Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. Okay, eine Lupe brauchen wir. Das ist schon mal gut. Erzählen Sie mir noch einmal... Ne, Moment. Äh, was ist die alte Dame im Fenster... Ne, wer ist die alte Dame im Fenster gegenüber? Wer ist die alte Dame im Fenster gegenüber? Ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island zu finden. Erzählen. Die Geschichte in meiner Familie ist, dass das Geheimnis ein bisschen wie ein Schlüssel ist. Ein, der alle Locken auf einmal öffnet. Alle auf einmal? Das soll gehen. All at once? Wie funktioniert das? Keine Ahnung. Es ist nur eine Geschichte. Aber ich glaube, Sie werden bald genug finden. Würden Sie gerne eine Piratenmannschaft beitreten? Wie würde Sie gerne eine Piratenmannschaft beitreten? Würde ich mich nicht verlassen? Na ja, das ist die generelle Idee. Die Crew eigentlich geht auf dem Land und, du weißt, es kreiert. Danke. Ich werde passen. Probier's auf den Docks. Es gibt immer jemanden, die jemanden anzunehmen. Ich denke, ich werde mich ein wenig umsehen. Ich denke, ich werde mich ein wenig umsehen. Ich versuche nicht, nichts zu beitragen. Ich habe ein System. Und ich mag es nicht, dass es sich verabschiedet hat. Okay. Ja, ich habe ja eigentlich nach den Schlüsselanfragen... Was ist das Lock? Das ist für Hüte. Für Hüte. Okay. Ähm, ich denke mal, dass hier sonst nichts mehr groß sein wird. Was mich aber daran erinnert, bevor wir jetzt hier weitergehen... Ähm... Moment, wie war das jetzt? Erinnerung, da kommen wir nicht rein. Moment, war das in der Gasse oder war das jetzt von da, wo wir kamen? Ich glaube... Ja, von da, wo wir kamen, genau. Da war übrigens doch gerade ein Bild von einem Clown, oder nicht? Äh, da können wir noch nicht rein... Bei ihr sind wir ja rausgejagt worden, da wollte ich auch noch mal rein gehen. Hm, at Chamber of Commerce, Midnight Luncheon. Back shortly. Äh... Hm, at Chamber of Commerce, Midnight Luncheon. Back shortly. Dein Ernst? Wir sind hier rausgejagt worden, können jetzt noch nicht mal mehr irgendwie da reingucken? Sauerei. Ähm... Ja, Schiff besorgen, Geheimnis. Ja gut, dann machen wir erstmal da hinten weiter. Schauen wir, wo wir hier auskommen. Sieht aber irgendwie nicht so einladend aus. Ach, ist das nicht das Gouverneurshaus hier? Ja? Ja. Carla. Guybrush Threepwood. Hallo, Swordmaster. Wann hast du das letzte Mal am Bad genommen? Wann war es die letzte Mal, dass du ein Bad hatten? Ha! Das war marginally clever. Es ist schön, dass du wiedersehen kannst. Du auch. Du hättest es nie aufgeben sollen, Schwertmeisterin zu sein. Du hättest es nie aufgeben, zu sein, Schwertmeisterin zu sein. Wer sagt, ich habe es getan? Oh, sorry. Ich habe es nur erwähnt. Der Gouverneur sieht wie ein full-time-Job. Es ist. Aber es gibt Raum für Verlust, wenn du es kreativ bist. Ich habe von deiner Frau gehört. Sie kommt bei, um die Skurvy-Legislation zu sprechen. Ich suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Ich brauche eine Mannschaft. Hast du Interesse? Ich brauche eine Mannschaft. Hast du Interesse? Ha! Ähm, gibt es ein Regierungsprogramm, das Expeditionen finanziert, um die Geheimnisse von Monkey Island zu finden? Ist es ein Regierungsprogramm, das Expeditionen finanziert, um die Geheimnisse von Monkey Island zu finden? Oh, Gott. Du bist zu spät für das. Wir haben es letztes Jahr verabschiedet und verabschiedet die Funds, um ein Habitat für den rareen Karibbean-Wining-Lech zu bauen. Darn. Es ist ein Schiff auf den Docken, das für Monkey Island geht. Ich glaube, du sprichst über Lechuk-Schiff. Willst du zu Monkey Island gehen oder nicht? Elaine sagt, dass Captain Madison ihren Scoot-Projekt schadet. Elaine sagt, Captain Madison is hurting her Scurvy-Projekt. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back. And that so-and-so, Captain Madison saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. Das Haus hat sich nicht sehr verändert. No, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They are my books now, as you well know. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Eww, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Awww. Is someone in here? I like your stuffed, uh, guess it's a dog. Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. It's a lot of work, being governor. Hmm. And I thought it was a little bit longer. So I just like to talk to Carla. Then we'll talk about Carla. Ach so, then they're ready. I don't really have anything to say. I like to do this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Okay, können wir denn einfach da oben rein? Stay out of my bedroom, Threeboard. Stay out of my bedroom, Threeboard. Ja, das ist ja okay. Was, 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 was? War da gerade mit Barbie? It's a cookbook. It has four stars, but it looks like they're for difficulty. Barbie Le Fay. It's thicker than I would have imagined. Moment, das konnte ich. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve, asking that. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. Das habe ich völlig vergessen. I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Hm, ich würde mir ja gerne mal eins leihen, aber anscheinend können wir das nicht. Dann gehen wir hier erstmal raus. Den hinteren Weg ins Innere der Insel nehmen. Schauen wir da doch auch mal. Oh Gott. Hier ist die Schiffswerft. Gehen wir mal da direkt hin. Wow, that's worse than I imagined. It says, Tans Previously Owned Vessels. So sad. Stans used to be the best place to buy used chips. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. I remember when these torches lit up Stans Previously Owned Vessels like a carnival. It always looks bigger on this side of the island. Looks like the only available ship on the island right now is LeChucks. Yeah, sehr gut, ich hab's ja verstanden. Okay, dann irgendwie... Weiß nicht, wie wird's all... Ah, okay. Ähm... Dann würde ich sagen, dass wir zum Schiff mal hingehen. Weil er das ja immer wieder so betont. In der Hoffnung, dass LeChuck mich jetzt hier nicht, ne? LeChuck? How clever. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome Pirate on the 8th Seas. Equal Opportunity Employer. Inquire here. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short a swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Auf jeden Fall. Ich wäre gern ein Strubi. Absolutely. I'd love to be a swabby. Swabbing is one of my favorite things in the whole world. The restful, mindless repetition. The delicate scent of old soapy water. The proud satisfaction of a sparkling plank. Okay, okay. Save the strokes for the decks. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, the job is... Hey. Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Smith. John Smith. Smith? John Smith. Uh-huh. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm sorry. Can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Right for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also I needed a mop. Ja, das heißt mit anderen Worten, wir müssen irgendwas finden, um uns zu verkleiden, nehme ich mal an. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Okay. Geh mir nochmal kurz in die Scum Bar rein, weil irgendwie, die werden doch bestimmt einen Mob haben. Shops begrüßen. Ähm... War hier nicht auch die Küche? Ah, ja genau. Guy brush Threepwood, als ich live und breathe. Wie warst du? Prächtig. Ne, alles beim Alten. Hm, same old, same old. Wie war's Elaine? Sie war immer mein Lieblingsgericht. Ähm, keine fehlenden Teile, immer noch im öffentlichen Dienst. Hä, immer noch im öffentlichen Dienst, kämpft jetzt gegen Scum. Still in public service. Fighting scurvy now. My place is clean. Our health certificates are up to date. No, no, it's not like that. She's got a foundation. They're trying to promote Limes as a preventative. Weißt du, wo ich einen Mob kaufen kann? Do you know where I can buy a Mob? Buy? You don't want to buy a Mob. I think I do. The Mob is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dishrag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the Mob of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the Mob will become your constant companion. Your tool. And a ready means of defense against spills of all kinds. Uh, build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Okay. Any questions? Wie finde ich der, was, wie finde ich der Mob-Steelbaum? Okay. How do I find the mob handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. What about the head of the mob? Oh, you have to have one, of course. But pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Bist du sicher, dass ich nicht einfach einen Mob kaufen kann? Are you sure, I can't just buy a mob? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Okay, aus was für einem Holz ist der Baum? What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Okay, ich schätze, ich werde es tun. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave this story the wrong title. It should be called Mob Quest. When do we get to the piratey part? Even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Ja, uh, richtig? Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Pests or garnishes? A good cook sources local supplies when he can. The food is more exciting when you can smell the risk. Gammelfleisch. Okay. Looks like a mugshot. Active little guys, aren't they? Okay. Stay away from my mop. Well, it's definitely a mop. Müssen wir das jetzt wirklich machen, oder können wir den irgendwie ablenken? Das würde mich jetzt interessieren. Die Plakie sagt, in memory of looming Seagulls of olden. Ich glaube, jemand versucht, ein Boot mit diesem. Okay. Vielleicht können wir damit tatsächlich den Mob machen. Ich weiß es ja nicht. Hm. Gehen wir erstmal hier raus. Hier hatten wir ja eigentlich soweit alles durchgeschaut. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir nochmal mit den Leuten reden, beziehungsweise in die... Äh, ja, hier ist wieder frei. The curtains are for sale, too? Everything goes. They'd make a great dress. Green, half off. Blue, half of half off. Yellow, half of half of half off. Orange, aren't you glad you're here? Okay. It's an unusual safe with five keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. I'd need a lot of keys to open that. Someone's very excited I'm looking at this sign. Not for me. Looks like it's been there forever. Everything's spilled out of it in a puddle. Ja, das ist natürlich toll. A crystal. This isn't that kind of game. Keep up the good work, buddy. It says everything must go. But it says it with numbers. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. I'll take this disgusting shrunken head. That's my last one. Quite the bargain. Okay. Next time I'm in a drum circle, this would come in handy. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. It's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eyepatch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now. But I believe I could restore its abilities. Im museum. Aber we have no museum. An empty basket. I should have gotten here last month. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh. Okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. Okay. What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. Well, take this forgiveness frog. It can help someone forgive, even very old transgressions. Okay. Ich hab jetzt so verschiedene Leute im Kopf. Ja, ich schätze, das ist dann alles. Jetzt bin ich noch am überlegen. Moment, die meinte... Ähm... Jetzt muss ich nochmal rein. Was hatte sie jetzt gesagt mit den Verkleidungen? Die hat danach so viel geredet. Too bad, du bist ausgelistet. Eine magische Disguise sieht sehr gut auswendig. Ach, Museum, genau. Ich bin sicher... Ja, ja, ist okay. Das können wir abkürzen. Also, im Museum eine Augenklappe. Die Frage ist jetzt nur, wo finden wir ein Museum? Wir gehen vorher nochmal kurz hier rein. Hey, Wally. Well, well, well. Look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again, too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy, getting over, being burned, blinded, blown up, abandoned and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and I'm running the best map shop within the Caribbean and beyond. Du hast nicht zufällig eine Karte zum Geheimnis von Monkey Island? You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. Ich suche einen Baum, aus dem ich einen dummen Mob machen kann. I'm looking for a tree to make a stupid mob from. Have you got a map for that? So, the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mob tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Okay. Ähm, du hast eine Menge Karten hier drin. There are a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. Haha, a little carton. Sieht so aus, als ob der Laden gegenüber in Schwierigkeiten steckt. Looks like the shop across the way is in trouble. The high stakes ego-driven world of pirating is changing. And dark magic is taking over. Voodoo-Magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. Die Stadt scheint ziemlich heruntergekommen zu sein. The town seems to be pretty run down. Since Captain Madison made melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. Bye. Okay. So. Ja, hätte der nicht zufälligerweise was zum Vergrößern? I didn't know you made Globes too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Was ist das denn? Ja. They're like glasses, only way less convenient. Oh, look behind you. A three-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Uh, thanks. Yo. Ähm, haben wir hier noch irgendwas? This map shows both sides of the globe. It's twice the value. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. What's this a map of? The secret movements and activities of my competitors. That sounds reasonable. It's a map on a fan. What'll they think of next? This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep. Trouser Island. I had a map like this once, but I sailed left. That looks like a treacherous voyage. It says, rating, Curse Black Diamond. The first rule of piracy is, never buy a used treasure map. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. Hey, Wally. Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Hm. Hey, Wally. What's in these boxes? Maps. Ooh, this one looks nice. How much is it? Oh, that one? Too much. Good old mazes. Can't get enough mazes. It looks expensive. And shiny. I like shiny. Somewhat understated and somewhat overpriced. I'll try to steer clear of sea monsters myself. Okay. Ja, dann würde ich erstmal sagen, dass wir hier einen kleinen Cut machen und in der nächsten Folge dann nochmal zum Gefängnis zurückgehen und versuchen die beiden, ja, der eine will ja eigentlich drin bleiben, mal gucken, ob wir den auch befreien sollen, aus dem Gefängnis zu holen, mithilfe des Monokels. Bis zur nächsten Folge. Ciao.